Bericht, so teuer wäre eine Alonso-Verpflichtung für den FC Bayern. Tatsachenbericht, so verehrt wäre eine Alonso-Annahme für den FC Bayern. Xabi Alonso von führender Bayer Leverkusen gilt weiterhin wie Top-Kandidat auf sie Abfolge von Thomas Duchel bei dem FC Bayern München. Im Fallgruppe einer Annahme von Xabi Alonso wie neuer Trainer muss der FC Bayern München nach allem anscheinend zutiefst in sie Beutel greifen. Vorhin eines Berichts kann sie Annahme den FC Bayern aber einiges kosten. Vorhin eines Berichts des BTV-Senders Sky müsste der deutsche Rekordmeister nebst 15 und 25 Millionen Euro aufbringen, weil den Spanier hinter dieser Saisons von seinem noch so lange bis 2026 laufenden Abkommen und der Bundesliga-führende Bayer Leverkusen loszueisen. Eine Ablöse an Elevationwinkel von 25 Millionen Euro würde sie Beendigung des eigenen Trainer-Transfer-Rekords bedeuten. Genauso viel war den Bayern 2021 der Übergang des heutigen Bundestrainers Julian Nagelsmann von RB Leipzig wert. Eberl muss Duchel-Nachfolger finden. Nagelsmann wurde unter den Bayern in dem Frühjahr 2023 entlassen. Sein Nachfolger Thomas Duchel muss den aktuellen Tabellenzweiten der Spielklasse zu dem Saisonende dazu wenn schon verlassen. Als möglicher Nachfolger gilt zusätzlich zu Real Madrid Bildunterschrift Sinedine Sedan oder dem aktuellen Breitentrainer Roberto De Zerbi wenn schon Alonso wie Top-Kandidat. März bei dem FC Bayern startenden Sportvorstand Max Ebel ist, solange bis zu dem Departure der Zubereitung auf sie neue Saisons einen Tuchel-Nachfolger zu finden. Eine der Hauptaufgaben des Andem 1. Wir wollen einen Trainer finden, der zu Bayern München passt, der zu den Ansprüchen passt, betonte der neue Bayern-Repräsentant an dem Dienstag auf einer Pressekonferenz. Beim aktuell wie Siegesanwärte gehandelten Xabi Alonso von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen erinnerte der frühere Repräsentant von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig lediglich an ein sehr interessantes Gespräch von vor drei Jahren. Zeigte sich aber anderweitig bedeckt. Alonso aufnahmefähig für Übergang zu dem FC Bayern um den Taxi nicht hinter Obich zu treiben? Alonso, der mit Leverkusen acht Punkte vor den Bayern liegt, verfügt laut Ska erst in dem kommenden Jahr eine Ausstiegsklausel unter der Werkself. Diese soll unter 15 Millionen Euro liegen. Bei einem Übergang in dem kommenden Sommer zu tun seien sich Alonso Interessenten mit den Leverkusen und somit auf eine Ablösesumme einigen. Dem Tatsachenbericht zufolge darf Alonso den Klub unter einem passenden Sonderpreis seiner beiden Ex-Klubs wie Spieler, dem FC Bayern und dem FC Liverpool, verlassen. Einem Übergang zu den Bayern steht der Leverkusen-Coach, der sich als letzten Punkt privat extra der die das einige Zukunft sagen wollte, aufnahmefähig gegenüber.